Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute soll es einmal um meine Top 3 Stockfoto Plattformen für Amazon Publisher gehen. Ja, Stockfotos spielen für Amazon Publisher eine relativ große Rolle, denn letztendlich braucht jedes unserer Bücher ein Cover und wenn wir die nicht gerade selbst schießen und Fotograf sind, dann müssen wir immer wieder auf Stockfoto Plattformen zurückgreifen und das ist alles gar nicht so easy, denn es gibt viele Stockfoto Plattformen und sie unterscheiden sich doch relativ stark bezüglich Auswahl an Stockfotos, Preis, Rechte, Filtermöglichkeiten und so weiter. Also, eine Sache noch kurz vorweg, die mir gerade eingefallen ist und zwar gibt es so Stockfoto Plattformen, bei denen man vermeintlich kostenlose Bilder erhält und zwar gemeinfreie Werke, an denen man keine Rechte erwerben muss, da der Urheber, also der Fotograf, das einfach frei zur Verfügung stellt und jeder kann das privat und kommerziell dann nutzen. Das Ganze funktioniert, ja, wir können hier ein Stichwort eingeben und dann finden wir solche Bilder, die wir in der Theorie kostenlos benutzen können. Das Problem ist dabei, dass jeder hier Bilder hochladen kann. Das heißt, wir können nicht immer sicher sein, dass das auch wirklich der Urheber ist. Ich könnte jetzt einfach ein Bild hochladen, was ich irgendwo geklaut habe, sage hier Leute, nutzt das. Ihr nutzt das dann für euer Cover und am Ende des Tages kann ich dann immer noch vom wirklichen Urheber abgemahnt werden. Und um dieses Risiko einfach nicht einzugehen, empfehle ich dir, solche Seiten nicht zu benutzen. Ja, Plattform Nummer 1, die ich dir vorstellen möchte, nennt sich Depositfotos.com. Das ist die Plattform, die ich einfach am meisten benutze, ganz einfach, weil die Lizenzen hier relativ günstig sind und die Seite relativ gut ist. Sie hat eine gute Auswahl an Stockfotos und ist ziemlich funktional. Ihr seht das schon hier unten, verbleibende Downloads 336. Das heißt, ich habe wirklich mir viele Lizenzen gekauft. Bei Depositfotos.com ist es immer so, dass einmal pro Jahr dort ein richtig, richtig guter Deal zustande kommt. Und zwar läuft das Ganze über AppSumo.com und dort gibt es meist Stockfoto-Lizenzen für um die 40 Dollar und zwar 100 Stück. Und das ist natürlich ein sehr, sehr guter Preis für Stockfotos. Ansonsten müsst ihr einfach mal googeln, Depositfotos Deal oder sowas. Es gibt auch zahlreiche andere Deals, meist kommt ihr unter 100 Euro für 100 Lizenzen. Und das ist wirklich ein sehr, sehr guter Preis und damit kann man sehr gut arbeiten. Ansonsten hier unter unsere Abos und Preise könnt ihr auch Einzellizenzen, glaube ich, erwerben oder monatliche Abos. Müsst ihr selbst entscheiden. Die Plattform an sich ist sehr gut aufgebaut. Wir können hier wieder unsere Keywords eingeben und haben dann wirklich eine Vielzahl von Einstellungsmöglichkeiten. Hier links und die Bilder an sich sind auch qualitativ meist sehr hochwertig. Wir können verschiedene Auflösungen auswählen und downloaden. Also von kleinen Bildern bis hin zu sehr hochauflösenden Bildern. Links kann man sehr cool filtern. Also nutze ich sehr oft, wenn ich beispielsweise ein Bild für ein Cover suche, was zum Beispiel einen hellen Hintergrund hat. Dann gehe ich hier einfach zu Farbe, klicke Weiß an. Oh, jetzt habe ich mich einmal verklickt. Weiß wollte ich anklicken. Und dann habe ich nur Bilder mit hellem Hintergrund. Und das ist schon ziemlich praktisch, denn Bilder mit hellem Hintergrund eignen sich sehr gut für Cover, weil wir dort immer sehr gut Schrift unterbringen können. Ansonsten eine andere coole Funktion, die ich euch zeigen möchte, ist hier unter Vektoren können wir uns Vektorgrafiken anzeigen lassen. Das heißt, wenn ihr mal ein Cover machen wollt, auf dem jetzt nicht irgendwie ein Gericht zu sehen ist oder ein Mensch zu sehen ist oder irgendwas reales, könnt ihr euch auch Vektoren aussuchen. Und das sind dann meist irgendwelche Logos oder irgendwelche Grafiken, die irgendein Designer erstellt hat. Und da kann man ziemlich coole Sachen finden. Ich kann euch das mal zeigen. Wenn ihr meine Video Thumbnails verfolgt, dann seht ihr auch, ich habe öfter mal irgendwie so eine Figur drin. Wenn ich jetzt zum Beispiel Making Money eingebe unter Vektoren, dann seht ihr, dass da ganz coole Grafiken immer kommen. Und daraus kann man auch ganz coole Cover bauen. Habe ich selbst schon gemacht, auch gerade hier so in dem Investmentbereich kommt das meist ziemlich gut an. Funktioniert alles sehr, sehr gut. Also das ist meine Nummer 1 Plattform. Meine zweite Wahl ist dann iStockfoto.com. Oh, jetzt bin ich hier direkt schon auf die Konditionen gegangen. iStockfoto.com ist etwas teurer. Einzellizenzen kosten da meist so zwischen 9 und 30 Euro. Mache ich relativ selten, aber das coole an iStockfoto ist, dass wir hier extrem gute und hochauflösende Bilder haben. Also die Auswahl ist exzellent. Also wenn du irgendwas mal hier nicht findest, es gibt manchmal Nischen, da ist die Auswahl bei Depositfotos.com. Nicht wirklich gut. Dann gehe ich immer einfach zu iStockfoto und da finde ich meist meine passenden Bilder. Auch hier hast du wieder die Möglichkeit, ja über Farben zum Beispiel, ja jetzt irgendwas mit schwarzem Hintergrund zu finden. Schauen wir mal, ob er das macht. Ja, seht ihr hier, dann habt ihr die ganzen mit so einem dunklen Hintergrund. Ist auch ganz cool. Und wie teuer ist das Ganze jetzt? Das ist unterschiedlich. Ich nehme jetzt einfach mal das als Beispiel. Das könnten wir jetzt hier für 24 Euro erwerben. Eine Einzellizenz. Schauen wir nochmal ein zweites an. Das würde auch 24 Euro kosten. Also es gibt auch sehr viele, die nur 9 Euro kosten. Weiß ich nicht, ob ich jetzt hier eins finde. Ja, das kostet hier zum Beispiel nur 9 Euro. Ansonsten findet ihr unter Preise auch verschiedene Credit- und Abo-Modelle. Hier könnt ihr Credits zum Beispiel relativ günstig erwerben. Wenn ihr zum Beispiel 24 kauft, ja 160. Dann seid ihr bei 6 Euro pro Credit. Das ist immer noch vertretbar. Oder ihr schließt so ein Abo ab, dass ihr zum Beispiel irgendwie 10 Bilder pro Monat downloaden könnt. Dann wäre das 65 Euro. Ist relativ viel. Das wird sich wahrscheinlich nur lohnen, wenn du wirklich viele Bücher raushaust. Oder diese Lizenzen anderweitig nutzen kannst. Meine dritte Alternative, die ich euch auch vorstellen möchte, ist Shutterstock. Und das coole an Shutterstock ist, die haben ein ganz cooles Abo-Modell. Also wenn du wirklich viele Bilder downloadest, dann kann ich dir Shutterstock empfehlen. Die Auswahl ist auch wieder exzellent. Denn du kannst auch hier wieder genauso filtern wie auf allen anderen Plattformen auch. Allerdings ist das Abo hier günstiger als zum Beispiel bei iStockfoto. iStockfoto nehme ich meist für Einzellizenzen und Shutterstock dann im Abo. Denn wir sehen hier, für 10 Bilder im Monat zahlen wir nur 29 Euro. Das ist also nochmal günstiger als iStockfoto. Und die Auswahl ist auch sehr, sehr gut. Ja, das sind meine Top 3 Plattformen. Falls du andere Plattformen kennst oder andere Plattformen nutzt, gerne her damit. Ansonsten würde ich mich wie immer über ein Abo freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, euer Tom.